Wenn ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video, ich zeige euch heute mein Grundrezept von den Muffins. So, für die dunklere Variante zeige ich euch, was ich brauche. Und zwar brauche ich 150 Gramm Vollmilchschokolade, ich habe hier 125 Gramm Butter, eine Prise Salz, 4 Eier, 225 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ich brauche hier 160 Gramm Mehl und einen Teelöffel Backpulver. So, ich habe hier ein 12er Muffin Flasch, entweder ihr kauft euch auch so Papierförmchen und legt sie dann rein, oder ihr reibt es halt ein bisschen mit Butter und mit Mehl aus, dass es nicht dran kleben bleibt. So, den Backofen heizen wir vor, 170 Grad Ober- und Unterhitze. So, als erstes holen wir uns dann einen Topf mit Schneebesen und da kann dann auch die Butter darin zerlassen werden. So, nachdem die Butter jetzt geschmolzen ist, könnt ihr den Herd ausmachen und die Vollmilchschokolade können wir hineingeben und lassen sie vollkommen darin schmelzen. Also bitte nicht mehr aufkochen, sondern wirklich nur vom Herd nehmen, bis sie geschmolzen ist. Wenn wir das Ganze hier so gemacht haben, können wir das dann kurz beiseitestellen. So, und jetzt können wir dann die vier Eier in eine Rührschüssel geben. Die Eier haben wir jetzt in der Rührschüssel, haben sie eine Minute schon rühren lassen. Jetzt können wir dann auch den Zucker, den Vanillezucker und das Salz gleich mit ihm zu geben. So, ich habe das jetzt zwei Minuten lang schon schön prämisch und schaumig aufschlagen lassen. Jetzt können wir auch schon das Mehl und das Backofen hinzu geben. So, ich habe das jetzt auch schon zwei Minuten lang rühren lassen. Jetzt können wir die glüssige Schokoladenbutter hinzufügen. So, das habe ich jetzt auch zwei Minuten lang rühren lassen. Also der Teig ist wirklich sehr fluffig, schön weich, wirklich ganz toll. Und der Teig kann jetzt auch schon in die Mulde eingefüllt werden. So, ich habe es jetzt mit Hilfe eines Eisportionierers gemacht. Geht wirklich wunderbar. Ich habe jeweils zwei Kugeln reingegeben. Wenn ihr natürlich nur eine Sechserform habt oder so, könnt ihr das einfaches Rezept halbieren. Das ist kein Problem. So, der Backofen ist vorgeheizt. Im mittlere Drittel können Sie jetzt 25 Minuten lang backen. So, das sind jetzt meine dunklen Muffins. Und wie die helle gehen, zeige ich euch gleich. So, den Backofen lassen wir natürlich aufgeheizt, vorgeheizt. Immer noch 170 Grad. Und für den hellen Teig brauche ich 100 Milliliter Milch. Ich brauche ein Päckchen Vanillezucker, 150 Gramm Zucker, eine Prise Salz, drei Eier. Und hier habe ich 120 Gramm Butter und 200 Gramm Mehl und zwei Teelöffel Backpulver. So, die Butter können wir dann auch schon in die Rühlschüssel geben und können es eine Minute lang grünen lassen. Wir können mit dem Salz, mit dem Zucker und Vanillezucker mischen und können es dann gleich mit hinzugeben. So, nachdem wir das jetzt zwei Minuten lang gerührt haben, können wir die Eier einzeln nach und nachher zu geben. So, das habe ich jetzt auch zwei Minuten lang grünen lassen. Jetzt können wir nacheinander die Milch und das Mehl und das Backpulver hinzufügen. So, nachdem wir das auch schön verrührt haben, können wir natürlich auch normal mit Löffeln, aber mit so einem Zeitportionierer funktioniert das ganz gut, schön überall verteilen. So, nachdem wir das jetzt alles schön verteilt haben, kann das dann auch bitte in die mittlere Einschubleiste, auch 25 Minuten, macht über den Dunkelteig gerade die Stäbchen proben. So, das sind jetzt meine beiden Varianten. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich bin immer sehr zufrieden, die Leute essen sie gern. Und was man natürlich mit Muffins alles machen kann, das seht ihr mal im nächsten Video. Tschüss!